Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuss und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht das Halbfinale-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Atalanta gegen Hannover 96. Wie wird sich dieses Hinspiel im Halbfinale entwickeln? Das ist schwer zu sagen, von der Papierform her schon die Gastgeber favorisiert, aber wer weiß, wer weiß, vielleicht kommen die Gäste ja gut in die Partie und dann ist alles offen. Die Fans beider Seiten sind jedenfalls enorm zuversichtlich. Vorchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, das beherrschen Sie richtig gut, da haben Sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis, aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Und so geht es die Hannoveraner an. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über Außen gefährlich zu agieren. Schöne Stimmung hier, Burschi. Macht einfach Spaß, hier zu sein. Das ist schon klasse, dass wir solche Partien kommentieren dürfen, dass wir hier dabei sein dürfen. Wenn man sich hier oben mit den Kollegen unterhält, dann geht es allen so. Das ist einfach begeistert. Los geht's. In diesem Halbfinale, auf dieses Spiel, haben Sie alle gewartet. Ein Schritt noch, dann ist das Finale erreicht. Es geht um Nervenstärke. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, der Schuss jetzt. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Eine kurze Ecke. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Wie schätzt du, Alejandro Gomez, heute Einbuschi? Er ist auf jeden Fall ein überragender Spieler. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich. Ich denke, Sie können uns mal kurz erinnern. Ecke kommt ins Zentrum. Das sieht gefährlich aus. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Zapata. Jetzt sind Sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen. Und das ist Ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Dann hat nur ein Nullmann-Dunow gegen Zapata. Gomez. Sie trainieren viel mit dem Ball. Und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Die Chance muss flanken. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Harter Schuss. Aber Ball geht neben dem Tor. Knappe Angelegenheit. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Józiby Litschitsch. Alejandro Gomez mit dem Ball. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Duksch. Das ist natürlich ein guter Pass. Und jetzt gibt es eine Ecke. Hier nochmal eine kurze Wiederholung des Führungstores. Klasse. Super platziert. Und dann ist er drin. Ecke kommt den 16er. Die Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Kopfball geht ins Seitenhaus. Gibt Einwurf. Und da verlieren sie den Ball. Da haben sie jetzt Platz. Gomez. Super dieses Zuspiel. Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sich. Könnte jetzt was werden. Duvan Zapata. Jetzt ist der Platz da. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Die Ecke kommt's. Da können sie erstmal klären. Duvan Zapata. Das ist jetzt seine Chance. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Tolle Fahrrad. Kurze Variante bei dieser Ecke. Gute Chance. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist da gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. So, Ecke kommt's. Da ist das Tor, aber ein bisschen Glück war mit dabei. Hier ist das Tor, um den Ball zu erreichen. Hier ist das Tor noch mal, sie bringen die Ecke rein. Hier steht es 2 zu 0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Da kann er ihn stoppen. in den freien Raum. Er zieht ab. Was für eine Parade. hier ist das Tor, um den Ball zu machen. hier ist das Tor, um den Ball zu machen. Hier ist das Tor, um den Ball zu machen. hier ist das Tor, um den Ball zu machen. Hier ist das Tor, um den Ball zu machen. Hier ist das Tor, um den Ball zu machen. wie auch die Ecke runterkommen. Mario Pasalic. klasse er lässt den verteidiger stehen nur noch der torwart vor sich er kann abwehren aber der ball weiter im spiel ball gewinnen gefährliche position die gefahr erstmal bereinigt aber die parade davor die war klasse und jetzt wissen sie bei wenn sie sich bedanken dürfen das können was werden jetzt der ball spieler raus was macht er draus da muss mehr kommen freunde so wird das sicher nichts mit dem tor basalic so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren josepilic da geht er hin und kann den schuss abfahren er kann das machen der geht nicht ein super schoss was für eine szene die Es ist der Nr. 15, Martin Abderon. In der Nr. 18, Roslan Malinovski. Sie verlieren den Ball. Einwurf, der Ball war draußen. Klar, gibt Einwurf. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Sie kommen jetzt über außen. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Palomino, Roslan Malinovski, Raphael Toloi. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Klasse Aktion da. Sie haben Platz. Mario Pasalic. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen Klasse-Keeper aus. Ein echter Rückhalt. So, Ecke kommt. Kompromisslos geht er da hin. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Er kann den Ball nicht festhalten. Ganz im Gegenteil. Sorgt mit der Parade quasi für die Chance, die dann eiskalt genutzt wird. Hier nochmal dieser Treffer. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Und der Torwart ist der Torwart, Robin Gossens. Kult. Ah, sie verlieren den Ball. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Ruslan Malinowski. Muriel. Vielleicht die Konterchance. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Klasse Chance jetzt. So eine Chance musst du eigentlich nutzen. Ja, ich weiß auch nicht. Das war am Ende gar nichts. Den Konter müssen wir loben. Aber den Abschluss, naja, den sollten wir schnell vergessen. Er hat den Ball. Wird da was draus? Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Starkes Tickling hier. Suleimani. Dominik Kaiser. Jetzt der Vorstoß. Bringt den Ball jetzt an den kurzen Pfosten. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Ganz aufgegeben haben sie sich noch nicht offensichtlich. Sie erzielen hier zumindest noch den Ehrentreffer. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den Eingang machen. 3-1 heißt es also jetzt. Viel bringt Ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr. Aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans. Aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Guter Zweikampf. So, liebe Zuschauer, das Hinspiel ist zu Ende. Und der Sieg geht an die Gastgeber. Das ist natürlich ein wichtiges Resultat. Jetzt sieht es gut aus für das Rückspiel. Gutes Spiel, aber ausruhen können Sie sich darauf noch nicht. Nicht bei weitem nicht. Das kann noch sehr interessant werden im Rückspiel. Aber trotzdem, man kann ja aufbauen auf diesem Erfolg. Das müsste Selbstvertrauen geben. Mentale Stärke, was den Einzug ins Finale betrifft.